...rund um die WM. Und auch er natürlich ein großer Favorit, nicht nur bei der WM dabei zu sein, sondern auch mit großen Erfolgschancen. Carly Zingsheim geht mir hier von See mit seinem engsten Nappel vom Schlundsee. Er ist jetzt um die Gymnastizierung, das Lösen des Pferdes geht, einfach geschmeidig machen. Warum werden vor der Prüfung auch hier als Grundgang bei Carola und der Tänze ganz prima zu sehen? Das ist auch etwas, was natürlich dabei hilft, den Rücken. Ja, ich habe das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017